Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zock-Andy. Wir spielen heute eine Runde Bloons Tower Defense 5. So, was diese Zahl hier soll, das habe ich immer noch nicht mitgekriegt, aber okay, wie viele Levels gibt es eigentlich insgesamt, das würde mich auch mal interessieren. Aber wenn das hier, ja, ich weiß nicht, 30, 100 vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen wir heute, Leute, wir spielen, was spielen wir? Wir spielen die Sprintstrecke nochmal. Und zwar die Männerversion jetzt mal, richtig aber, und zwar hart. So. Hier steht wieder, schwer bis Runde 65. Das ist aber 85, seht ihr? Das ist ein Bug im Game. Schlecht übersetzt, würde ich mal sagen. Ah, sei es verziehen. Steht schon wieder, schwere Runde 65. Oder kriege ich die Goldmedälle, wenn ich 65 schaffe, aber wir müssen bis 85, das weiß ich. Gut, fangen wir an mit dem Monkey hier. Der kommt dahin. Und los geht die Party. Wave 1 von 85. Ich mache nochmal kurz was zum Trinken, Leute, aber ich lasse es weiterlaufen. So, Wave 2. Ups, zweimal gedrückt. So, Wave 3 haben wir dann. Ist im Moment nicht so spielerisch tätig, viel Arbeit hier die Leertaste zu betätigen. Aber das passt schon, wir kommen so super voran. Wir sind bei Wave 4. Wave 5. Und weiter geht's mit Wave 6. Nagelfabrik können wir uns leisten. Setzen wir mehr am Rand jetzt. Wave 7. So, da können wir jetzt bis 10 durchmachen, bis wir uns diese Palme hier leisten können für Geld. Wave 8. Ich würde sagen, es läuft. Wave 9. Und 10. Locker, flockig, zackig geht das hier. So, Wave 11. Nicht sonst was. Wir haben fast ein bisschen verredet. So, dann nehmen wir mal das da für Geld. So, Upgrade für mehr Kohle. Wave 12. Es läuft. Phillips 4全, die Able.issaht die Leertaste ist auf tema 7. WooF 13. Whipped 14. Geht es eine остresteHand. das heißt chillig fast zügig flitzig 15 so wie kriegen die zweite palme wieder mehr kohle auch ein schönes upgrade dazu mit 16 wo ich siebten und wo ich achten Da kommt ein bisschen was auf das Backfactory zu, aber es geht. Kein Problem, Wave 19 und wir machen hier ein Upgrade für mehr Kohle. Das Backfactory kriegt jetzt ein bisschen mehr zu tun, aber es geht noch immer. Wave 20, jetzt kommen schon die Schwarzen. Aber immer noch kein Problem. So, Wave 21. Wir machen den Upgraden dann für mehr Kohle. Wave 22. So, als nächstes abbrüchen wir den, dass der die Tower kriegt. Jawohl, Wave 24, der Gammon Flak, der wird gleich dran sein. Und Wave 25. Die Herzen der ersten. Wave 26. Ich kann mal ruhig durchflitzen lassen, das ist kein Problem. Entschuldigung, Leute. Wave 27. Jetzt wird es ein bisschen länger hier. Aber es geht auch, es geht auch, es geht. Kein Problem. Wie upgraden jetzt die denn da noch? Und dann machen wir uns langsam fertig für die Stahlblums. Wave 28. Scheiße, die Kombination. Fuck. Okay, Plan B. Wir nehmen dies hier und lassen die so aufplatzen. So. So. Scheiße, ich habe ein bisschen ein schlechtes Ziel. So, haben wir getroffen. Das hat uns gekostet, ja, so 100, 200, okay. Jetzt haben wir genug gegen die Stahlblums. Jawohl. Wave 29. Das hat sich immer einen Plan B, Leute. Wenn man schlau ist. So, Wave 30. Wieder mal Stahlblums. So, die werden wir da oben schon aufhalten. Das sollte kein Problem sein. Jawohl. Wave 31. Upgrade. So. Hoppala. Jetzt haben wir verschaut. Scheiße, jetzt habe ich mich verdrückt, Leute. Ich habe jetzt auf schnell gedrückt. Und wollte die Dinger da nehmen. Die Spikes. Oh, scheiße. Entschuldigung, Leute. Ich habe mich jetzt einfach verdrückt. So ein Dreck, ey. Ich habe mich einfach nur verdrückt. So eine Scheiße. Boah, sorry. Das geht mir jetzt echt am Sack. Das ist richtig ungut. Ja, so ein Kack, ey. Müssen wir nochmal anfangen. Naja. Es sollte nicht sein. Wir sind bei bei 4. nice. Wai, Fünf. Ja, so schnell verdrückt man sich, Leute. Es war echt nur verdrückt. Ich wollte ja gerade die Spikes nehmen und da oben hin. Oh nein, in dem Moment verdrück ich mich. So ein Dreck. So ein Müll. Naja, kann passieren. Leider, leider. Wave 6. Schauen wir, dass wir da schnell wieder hinkommen. Wave 7. Wave 8. Wenigstens geht's, zackig. So, Wave 9. Und Wave 10. So, geht die Horl-Plex zivilisiert vorwärts. 85 Waves haben wir. Ich sag mal, bis zur 20. geht's. Relativ zügig jetzt, da brauchen wir uns fast gar nichts denken. So, okay, nehmen wir uns eine Palme hier. Jawohl. Wave 11. Wave 12. Und Wave 13 haben wir schon. Spar jetzt direkt auf die zweite Palme. Gibt sie vielleicht sogar in dieser Runde aus. Ich kann's nicht, ich kann's nicht, ich kann's. Wave 14. So, eine zweite Palme. Und Wave 15. So, die upgraden wir auch. Als nächstes ist der Tower hier dran. Wave 16. So, hat super hin. Wave 17. Und Wave 18. Wave 19. Wave 20. So, schönes Upgrade. Wave 21. Geht wunderbar voran. Wave 22. Wave 23. Wave 23. So, jetzt kommen die schwarzen schon. Können wir auch Upgrade, dass wir mehr Kohle kriegen. Wave 24, deine Camon Flag. So, jetzt können wir den da Upgrade, dass der mehr reinhaut hier. Wave 25. Wave 26. So, jetzt müssen wir was gegen Stahlbluts machen, weil ich hab so das Gefühl, die kommen jetzt. Und Gott sei Dank noch nicht diese Runde, es geht sich dann aus. Nächste, dass wir die hier haben. Wunderbar. So, und wir nehmen auch das da, dass mehr von diesen Spikes produziert werden. Und da kommen die Stahlbluts in Wave 28. Muss ich mir mal merken, dass ich es genau weiß, wann die kommen. So, Wave 29. Wir nehmen dieses Upgrade für noch mehr Spikes. Wave 30. Nochmal Stahlbluts. Bargain in der zweiten Line sogar schon drauf. Wave 31. Und auch einige, die haben uns vorher in den Arsch gefickt. Übertrieben gesagt. Jetzt sind wir dran. Wir nehmen jetzt die dicken Spikes hier. Wave 32. Wave 32. Wir nehmen jetzt die dicken Spikes, aber das ist kein Problem. Wir haben genug Spikes, das ist überhaupt kein Thema. Gut, Wave 33. Come on, Flux. Wave 34. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Lister upgraden können. Jetzt wollen wir mehr Bananen kriegen, mehr Kohle. Wave 35. Wir müssen jetzt dauermäßig was machen, weil sonst könnte es schon sein, dass wir eine auf den Latz kriegen bald. Seht ihr, es ist schon einiges hier. Wir halten das zwar gut auf, aber trotzdem, es ist schon einiges, so eine Runde noch und dann müssen wir was machen. So. Den kann ich immer noch nicht, den möchte ich aber noch upgraden unbedingt. Bevor wir was mit Tower machen. Wave 37 übrigens. Auch Verstalten uns. Und Gammon Flux auch noch. Das könnte jetzt ein bisschen ein Problem werden. Ah, das geht schon, geht schon, okay. Leute, ist gefixt, haben wir. So, dann das noch geupgradet und jetzt muss man was mit den Tower machen. Ich würde sagen, U-Boote. Beziehungsweise wir nehmen den Schaum hier. Genau, der wird auch einiges nützen. So, jetzt wird es ein bisschen gefährlich hier. Die Herzen, die werden jetzt zum Problem werden. Das könnte jetzt zum Problem werden, weil das sind doch einige hier. Geht sich nur aus, geht sich nur aus, aber wir müssen jetzt echt was Tower mäßig machen, weil das wird uns zu stressig, ihr seht schon. Gut, ich würde sagen, wir... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Les Zocker Undi von Gameplay Deluxe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.